Rote-Rosen-Vorschau Folge 3680 Birgit Plan siegessicher ein Vaterschaft-Jassen Sie lässt Matthias glauben, ihn in seiner Vaterrolle zu unterstützen. Doch dann der Schock, als das Testergebnis eintrifft. Matthias ist nicht Nickys Vater. Nicky fällt aus allen Wolken. Der Druck auf Annette steigt. Der Schmuggelskandal droht ihre Spedition zu ruinieren. Während Birgit insgeheim triumphiert. Sie sucht nach entlastenden Belegen, um Malte aus der U-Haft zu befreien. Doch dann findet sie Maltes Zweithandy. Wird sie darauf entlastende Beweise finden? Amelie kann Charlotte vor dem K.O. Tropfen Täter retten und ihn von der Polizei verhaften lassen. Wieder war er nicht da, um seiner Schwester zu helfen. Simon macht sich Vorwürfe. Um sie auf andere Gedanken zu bringen, lädt er Charlotte zu einer gemeinsamen Auszeit an der Ostsee ein. Hendrik möchte an einem Golfturnier teilnehmen, doch er ist sicher, dass Tina Ben und Britta 100 Euro Startgeld aus der gemeinsamen Kasse für Verschwendung halten. Doch dann bekommt Britta von den Kids 200 Euro für ein romantisches Essen zum Jahrestag.